Hallo, wie geht es dir? Hast du schon mal Fang den Hut gespielt? Nein, bisher noch nicht. Schon ganz oft. Hast du schon Fang den Hut gespielt? Meine Mama gewinnt immer, aber das ist nicht schlimm. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Das ist okay. Danke. Das habe ich doch gerne gemacht. Ja. Ich habe es verstanden. Und sonst so? Nun, ich glaube nicht, dass ich das weiß. Tut mir leid. Ja, schönes Wetter heute. Zupra. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.